Weißt du, was ich klasse finde? Nee. Dass der Verlag Seemann Henschel auch Vertrauen in ältere Kunden hat. Inwiefern? Die bringen ein Memory raus, übers Bauhaus. Ah ja, und du meinst, das können nicht nur Dreijährige, sondern auch Erwachsene? Mhm, genau. Ah, weißt du, wir sind ja unter uns. Wieland hat nächste Woche Geburtstag, also nicht nächste Woche, nächsten Monat. Dann könnte ich ihm das ja zum Geburtstag schenken, oder? Genau.